Und nach diesem kurzen Spot übernehme ich hier wieder. Ihr seht es für euch eingeblendet. Als nächstes haben wir hier Oliver Pessler zugeschaltet. Der ist Finanzbuchautor und entwickelt Investmentstrategien für Fonds und Großanleger. Er hat eine Software entwickelt, die den Prozess der Kapitalvermehrung automatisiert. Heißt Captimizer und er teilt sein Wissen auch auf YouTube unter seinem Namen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf seinen Vortrag. Ich denke, ihr auch. Ich sehe, er ist schon bereit. Technik sieht gut aus. Also von mir aus legt gerne los. Euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Es freut mich hier das erste Mal beim Finanzkongress dabei zu sein und Ihnen das Thema systematische Geldanlage näher zu bringen. Ich habe Ihnen eine Strategie mitgebracht, mit deren Hilfe Sie Ihr Vermögen systematisch verwalten können. Die Strategie heißt Trendstarke Aktien und ich werde Ihnen nachfolgend Schritt für Schritt erklären, wie diese Strategie funktioniert und was diese Strategie in den letzten 20 Jahren geleistet hat. Ja, daher möchte ich mich als erstes mal vorstellen. Ich habe mich schon lange mit der Börse beschäftigt. Im Alter von 14 Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft, bin dann dabei geblieben, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und da es zur damaligen Zeit noch keine richtige Schadsoftware gab, habe ich mir eben selber eine programmiert. Nach meinem Studium habe ich zusammen mit fünf weiteren Kommilitonen die Firma Logical Line gegründet, für die ich auch heute noch tätig bin. Ja, die Software MXM Chart wurde dann unter dem Namen Moneymaker in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Handelsblatt mehr als 150.000 Mal verkauft und war damit eine der meistverkauften Börsensoftware in Deutschland. Ein Buch habe ich natürlich auch geschrieben zum Thema technische Indikatoren. Mit technischen Indikatoren kann man also Marktzustände messen und diese gewinnbringend an der Börse einsetzen. Eigentlich meine beste Entwicklung war der Captimizer, weil er ist daraus entstanden, dass ich wissen wollte, was wirklich an der Börse funktioniert und auch das, was nicht funktioniert. Also ich habe in vielen Büchern gelesen, dass Strategien funktionieren sollen, dann habe ich sie ausprobiert und habe oftmals gemerkt, es funktioniert gar nicht so, wie es in den Büchern steht. Da habe ich eben mir eine eigene Software geschrieben, mit deren Hilfe man Anlagestrategien implementieren und auch testen kann und sie im Anschluss dann auch in die Praxis umsetzen kann. Diese Software wird auch verkauft, also wer selber Strategien entwickeln möchte, kann sich gerne den Captivizer zulegen. Allerdings habe ich nach einiger Zeit feststellen müssen, dass die meisten Anleger gar nicht selber Strategien entwickeln wollen, weil es doch manchmal recht aufwendig ist, sondern eben einfach nur Anlagestrategien anwenden möchten. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, eine Plattform für Börsenstrategien im Internet aufzubauen, wo man eben mehr als 60 verschiedene Anlagestrategien findet. Dort kann man sie sich aussuchen und wer möchte, kann diesen Strategien dort auch folgen. Und auf dieser Plattform finden Sie natürlich auch die Anlagestrategie, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Wir schauen uns das mal an. Dafür rufe ich den Robovisor auf. Der Robovisor hat einen Dauertest. Den finden Sie hier oben unter Börsenstrategien. In diesem Dauertest werden alle Strategien getestet, zurück bis ins Jahr 2000. Und das wird jeden Monat aktualisiert, sodass Sie die Strategien auch Schritt für Schritt verfolgen können. Hier oben sehen Sie die besten Strategien nach dem Chance-Risiko-Verhältnis. Da ist auch die Strategie, die ich Ihnen heute erklären möchte, dabei. Sie steht auf Platz 4. Und wenn man hier schaut, die Strategien mit der höchsten Rendite seit 2000, dort steht sie auf Platz Nummer 1 und hat also eine sagenhafte Rendite von 13.000% gemacht. Wie sich das genau zusammensetzt und was hinter dieser Strategie steckt, das werde ich Ihnen in den nächsten gut 25 Minuten zeigen. Wir rufen mal das Factsheet zu der Strategie auf. Und man sieht schon hier einfach den Verlauf oder die Wertentwicklung der Strategie. Wenn man eben den festen Anlageregeln gefolgt wäre, dann sieht man, dass man damit den Vergleichsindex deutlich outperformen könnte. Der Vergleichsindex habe ich hier den MSCI World gewählt, also einen weltweiten Aktienindex. Und wenn man also schaut, man hätte im Jahr 2000 25.000 Euro nach dieser Strategie angelegt, dann hätte man heute über 3 Millionen. Und wenn Sie den gleichen Betrag im MSCI World angelegt hätten, wäre nur etwas mehr als 52.000 herausgekommen. Also ich finde, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Umgerechnet auf ein Jahr, wenn man die geometrische Rendite berechnet, sind das 26% pro Jahr. Das ist natürlich eine wirklich tolle Rendite. Wie das erzielt wurde, werde ich Ihnen also Schritt für Schritt erklären. Vorher möchte ich Sie natürlich auch noch auf die Risiken hinweisen. Es gibt auch bei diesem Ansatz nicht so, dass die Kapitalkurve ganz gerade nach oben geht, ohne nach unten zu gehen. Also es gibt halt Rückschläge. Und das will ich Ihnen mal beim MSCI World erklären. Hier sehen Sie also den maximalen Rückgang. Der würde hier oben, wenn Sie hier oben gestartet wären, hier wären Sie eingestiegen in MSCI World und hätten dann die Abwärtsphase mitgemacht, wären hier ausgestiegen. Dann wäre das der maximale Rückgang. Also das wäre der, wenn Sie zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen wären und dann darauf folgend ebenfalls zum schlechtesten Ausstiegszeitpunkt gewählt hätten, dann wäre das Ihr Verlust gewesen. Das ist gar nicht mal so selten, wenn man eben einen Verlust von, schauen wir mal hier unten nach, hier steht der Verlust, von 59% hinnehmen muss. Dann ist man natürlich frustriert und möchte von der Börse nichts mehr wissen. Daher versuchen wir beim systematischen Investieren halt nicht nur die Rendite zu betrachten, sondern auch das Risiko. Und die Strategie hat nicht mal die Hälfte an Risiko gemessen am maximalen Rückgang, sondern nur gut 25%. Ja, jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, was dahinter steckt. Aber auf eine Sache möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Ich bin nämlich im Jahr 2020 Chefredakteur des Portfoliojournals geworden und hier finden Sie sehr viele Informationen über Anlagestrategien, über Geldanlage. Und das Portfoliojournal ist kostenlos. Ich kann Ihnen das ja mal kurz zeigen. Das finden Sie auf der Webseite www.portfoliojournal.de und Sie können dort sich die Versionen oder die Ausgaben als PDF laden. Einfach draufklicken. Schon haben Sie das als PDF. Ich habe hier zum Beispiel einen Artikel geschrieben über die 10 Gebote für den systematischen Anlageerfolg. Die können Sie sich gern mal durchlesen. Da habe ich nochmal alles zusammengefasst, was man eben beachten sollte. Ich würde jetzt leider den Rahmen sprengen, den ich hier habe. Aber Sie können sich das natürlich selber im Moment noch kostenfrei auf der Webseite laden als PDF. Ab 2021 wird eben das Portfoliojournal auch kostenpflichtig. Aber wer sich noch bis Ende 2000 registriert hat, kann auch dann weiterhin das Portfoliojournal kostenfrei lesen. Also es wird nur für die neuen Abonnenten kostenpflichtig. Einen Risikohinweis muss ich natürlich auch noch geben. Ein bisschen rechtliches muss halt sein. Grundsätzlich muss man sagen, dass Renditeentwicklungen der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft sind. Auch Backtests sind keine Garantie, sondern für mich ist es einfach nur das beste Instrumentarium, was mir zur Verfügung steht, um eben zu sehen, ob eine Strategie Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Darum teste ich alle Strategien, bevor ich danach mein Geld anlege. Und wenn ich das nach festen Regeln mache, habe ich auch eine realistische Ausgangsbasis. Natürlich muss ich Sie auch noch auf potenzielle Interessenkonflikte hinweisen, denn ich handele selber nach derartigen Strategien und es kann also sein, dass ich eben ähnliche Aktien oder die gleichen Aktien auch im Depot habe. Und natürlich ist es keine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Da muss jeder eben die letztendliche Entscheidung selber treffen. Ich möchte mit der wahren Geschichte der Turtle-Trader beginnen und die dreht sich eben auch um die systematische Kapitalanlage. Es gab im Jahr 1984 eine Wette zwischen zwei Börsengurus, den Dennis Richards, und die hatten sich überlegt, ist es möglich, dass eigentlich jeder an der Börse Erfolg haben kann oder ist es eben angeboren. Und um diese Wette, um dieses Experiment einfach nachzuvollziehen, haben sie eine Anzeige aufgegeben und da haben sich mehr als tausend Leute gemeldet und von diesen Leuten wurden zehn ausgesucht. Man hat ihnen feste Regeln gegeben, eine zweiwöchige Schulung und im Anschluss hat ihnen der große Börsenguru das Geld zur Verfügung gestellt und sie durften eben mit dem Geld handeln. Und wie man eben im Wall Street Journal lesen konnte, war das extrem erfolgreich. Die haben sehr viel Gewinn gemacht und damit war eben die Sache bewiesen, dass es möglich ist, eigentlich jeden zum Börsenerfolg zu führen. Das ist einfach eine Geschichte, die in die Trading-Geschichte eingegangen ist. Der Curtis Fais war einer der jüngsten Teilnehmer, hat auch ein sehr lesenswertes Buch darüber geschrieben. Wer sich also mehr für diese Sache interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Dort wird auch genau beschrieben, nach welchen Regeln die Turtle Trader gehandelt haben. Aber das eigentliche Geheimnis der Turtle Trader war, dass sie ein vollständiges Handelssystem benutzt haben. Sie hatten also nicht nur einen Einstieg, sondern sie hatten auch alle anderen Dinge. Also sie wussten, wann, wie viel und was sie handeln wollten. Also wichtig ist natürlich, wann soll ich einsteigen? Da hatten sie einfach einen ganz einfachen Ansatz. Wenn der Kurs das 20 Tage hoch überschritten hat, dann sind sie eben in den Markt gegangen und haben gekauft. Wenn der Kurs dann wieder unter das 10 Tage tief gefallen ist, haben sie verkauft. Also da haben sie eben auch den Wannzeitpunkt für den Ausstieg, so das Timing. Aber man muss natürlich auch wissen, um sowas berechnen zu können und konstant zu handeln, wie viel möchte ich eigentlich investieren? Und da machen viele sich gar keine Gedanken drüber, sondern entscheiden das aus dem Bauch heraus. Und die hatten also genaue Vorgaben, wie groß die Position sein sollte, hatten einen volatilitätsbasierten Ansatz über der ATR, der etwas komplizierter ist, daher nur grob. Wichtig ist eben, dass sie da auch für das wie viel fest Regeln hatten. Dann muss man natürlich noch wissen, was möchte man handeln? Möchte man Aktien handeln? Welche Aktien will man überhaupt beobachten? Auch das ist eben wichtig, wenn man eine Strategie verfolgt. Und die Turtle Trader haben liquide Terminkontrakte für Rohstoffe und Aktien in ICs und Währungen gehandelt. Dafür brauchten sie dann natürlich auch ein anderes Positionsmanage, als wenn man Aktien handeln möchte. Ich habe diesen Ansatz selber mal im Rahmen einer Trendfolgestudie auf die Aktien, auf deutsche Aktien aus dem Hardax getestet. Das Ergebnis war nicht besonders überzeugend. Aber daher habe ich mir noch mal in der Literatur einiges angeschaut. Und dort gab es eine wissenschaftliche Ausarbeitung von zwei Professoren, den Herrn Huang und Herrn George. Und die hatten also festgestellt, dass das 52 Tage hoch ein besonders guter Indikator für weiter steigende Kurse ist. Und auf Basis dieser Erkenntnis habe ich dann meine eigene Turtle Strategie entwickelt. Habe die sozusagen verlängert und habe jetzt definiert die Strategie Turtle Investor mit fünf Hardax Aktien. Wenn eben der Kurs das 200 Wochen hoch, also das Jahreshoch überschreitet, dann steige ich in eine Aktie ein. Ich steige nur dann ein, wenn eben auch der Kurs um mindestens 50 Prozent über den Halbjahrestief, über den Jahrestief liegt. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich eben keine lahmen Enden haben wollte, sondern trendstarke Aktien. Und eine trendstarke Aktie zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie auch schon vom Boden sich schon ein bisschen nach oben gehoben hat. Sonst hätte ich auch eine, wenn eine gerade Linie, die Aktie von einer geraden Linie verläuft und dann einen kleinen Dip nach oben macht, könnte ich auch schon 52 Wochen hoch bekommen. Also diese eher seitwärts laufenden Aktien wollte ich ausschließen. Der Ausstieg erfolgt beim Halbjahrestief, also in Anlehnung an die Turtle Strategie, zur Hälfte. Ich habe einen volatilitätsbasierten Stopp verwendet auf Basis der einfachen Standardabweichung von einem Jahr. Meine Positionsgröße habe ich ganz einfach genommen. Ein Fünftel, also ich investiere maximal in fünf Aktien aus dem Hardax. Also der Hardax ist auch mein Anlageuniversum. Dort sind 110, circa 110 Aktien drin. Mittlerweile ist es ja möglich, dass einige Aktien in mehreren Indizes sind. Daher sind es nicht mehr genau 110 wie früher. Also es sind die Aktien aus den DAX, MDAX und TECDAX. Und wenn Sie diese Regeln bis zum Jahr 2000 zurück berechnen, sehen Sie, was dabei herauskommt. Hier wieder ein Factsheet. Das ist die Strategie Turtle Investor mit fünf Hardax-Aktien. Sie sehen wieder eine sehr gerad verlaufende Kapitalkurve. Es gibt natürlich einige Rückschläge. Und man sieht schon hier, wir haben eine Rendite von 18,94 Prozent. Im Vergleich zum DAX, das ist hier der Vergleichsindikator oder Vergleichsindex, der hat nur 3,1 Prozent Rendite im gleichen Zeitraum pro Jahr gemacht. Der maximale Rückgang ist natürlich etwas höher bei dieser Strategie. Da liegt er eben bei 27,5 Prozent. Aber im Vergleich zum DAX mit 72 Prozent ist das natürlich noch einigermaßen auszuhalten. Und wichtig ist natürlich immer für mich das Verhältnis von Rendite zu Risiko. Also ich teile beispielsweise die Rendite durch den maximalen Rückgang und erhalte dann diese Kennzahl Rendite zum maximalen Rückgang oder auch MAR-Regio genannt. Und die Einzelstrategie hat eben eine 0,69. Wenn man bei 1 liegt, ist man schon sehr gut. Im Vergleich zum DAX mit 0,04 ist das natürlich schon deutlich besser. Es gibt natürlich auch einige Artikel über die Turtle Investor Strategie. Der erste erschien im Portfolio-Journal 03 2017. Im Jahr 2017 habe ich auch in den VDRD-News einen Artikel geschrieben und im Jahr 2019 im Twellers. Und wer das aktuell nochmal nachlesen möchte, da habe ich die Strategie nochmal genau unter die Lupe genommen. Im Portfolio-Journal 03 2020 finden Sie also nochmal eine genaue Erklärung. Auch diese können Sie auf der Webseite www.portfolio-Journal einfach als PDF laden. Kommen wir zur zweiten Strategie. Die zweite Strategie wird auf Nasdaq 100, auf die Technologie-Aktien angewendet. Aber vorher möchte ich Ihnen noch ein paar Sätze zum Momentum erklären. Also wir wollen ja in trendstarke Aktien investieren und da nehmen wir halt Momentum-Aktien. Und der Geri Antonassi hat eben eine sehr schöne Definition gebracht. Er hat also definiert, also was absolutes Momentum ist. Das beschreibt eben die Tendenz, dass eine Aktie im bestehenden Trend verharrt. Wenn Sie beispielsweise den gleitenden Durchschnitt haben und die Aktie ist oberhalb des gleitenden Durchschnitts, dann vergleichen Sie den Kurs mit dem Durchschnitt der Vergangenheit. Und wenn es im Aufwärtstrend ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich dieser Trend fortsetzt. Beim relativen Momentum vergleichen Sie die Wertentwicklung einer Aktie mit der Wertentwicklung von einer ganzen Reihe von anderen Aktien, beispielsweise mit allen DAX-Aktien. Und Sie machen dann ein Ranking und kaufen beispielsweise die Aktien, die in der Vergangenheit am stärksten gestiegen sind. Also man vergleicht die mehrere Aktien miteinander, darum relatives Momentum. Und wenn man beides zusammen einsetzt, dann nennt man das doppeltes Momentum. Und bei der Top-Momentum-Strategie mit fünf Nasdaq-Aktien habe ich das halt auch getan. Ich habe einmal einen langfristigen Aufwärtstrend definiert. Nur wenn der Nasdaq 100 auch wirklich langfristig steigt, dann möchte ich eben überhaupt in Aktien einsteigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich keine Aktien dazukaufen. Ein mittelfristiger Aufwärtstrend soll bei der Aktie bestehen, also nicht ganz so langfristig wie im Index. Und die Aktie soll eben auch nach dem relativen Momentum zu den Top 40% gehören. Und ich möchte also dort nur Aktien haben, die relativ stark sind. Der Ausstieg erfolgt ausschließlich über den mittelfristigen Trend. Also das heißt, wenn der mittelfristige Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend kippt, dann wird die Aktie verkauft. Oder wenn eben der 15%ige Stopp, der nachgezogen wird, eben erreicht wurde. Das sind die beiden Ausstiegskriterien. Positionsgröße sind wieder ein Fünftel des Anlagekapitals, weil ich ja wieder maximal in fünf Aktien aus den Nasdaq 100 gleichzeitig investieren kann. Und auch der Nasdaq 100 umfasst 100 Aktien. Schauen wir uns das Factsheet wieder an. Und auch hier sehen Sie, dass die Kapitalkurve der Strategie deutlich über der des Vergleichsindex läuft. Wir sehen hier eine Rendite von über 20% pro Jahr und einen maximalen Rückgang von 38%. Das 36% sind es nur, sehe ich gerade. Das ist natürlich schon relativ viel, aber im Vergleich zum Nasdaq 100, der halt 83% verloren hat, ist das halt wieder deutlich besser. Also man hat hier eine höhere Rendite erzielt, weil der Nasdaq 100 hat nur eine Rendite von 4,7% pro Jahr seit 2000 im Durchschnitt erzielt und hat gleichzeitig weniger Stress erlitten. Also ich rechne immer, wenn das ist der extreme Stressfaktor, das ist der maximale Rückgang. Und das Verhältnis ist mit 0,54 in Ordnung, aber nicht überragend. Kommen wir zur nächsten Strategie. Und diese ist eine Kombination aus den beiden vorherigen und bezieht sich eben darauf, dass der Nobelpreistegger Harry Markowitz mal gesagt hat, Diversification is only free lunch in investing. Und genau nach diesem Konzept habe ich mehrere Strategien kombiniert. Das ist so ein Steckenpferd von mir, dass ich eben möglichst unterschiedliche Arten von Diversifikation verwende. Das ist zum einen die Basis-Diversifikation, das kennt jeder. Man soll eben nicht alle Eier in einen Korb legen. Wenn man eben den Korb fallen lässt, dann ist halt alles verloren. Also nicht nur eine Aktie kaufen, sondern dann sein Geld auf mehrere Aktien verteilen. Dann kann man natürlich auch eine Diversifikation über Branchen, Regionen und Währungen machen. Das ist natürlich auch wichtig, weil es auch einer Branche genau schlecht gehen kann oder die Währung kann verfallen. Also man sollte immer gut diversifiziert sein. Wenn man sein Vermögen aufteilt, dann ist halt die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen wichtig, weil eben Aktien sich doch sehr stark korrelieren. Also die laufen in die gleiche Richtung. Im Crash fallen halt die meisten Aktien und da nützt einem dann Diversifikation nur wenig. Über Diversifikation über Assetklassen habe ich im Portfolio Journal einen Artikel über Asset Allocation geschrieben. Wer so sein möchte, wissen möchte, wie man eben das Vermögen am besten aufteilt, sollte einfach dort mal nachlesen. Ein weiterer Punkt, das ist die Diversifikation über unterschiedliche Strategien. Hier nutzt man eben verschiedene Strategien und darüber bekommt man eine weitere Diversifikation. Wir haben jetzt die beiden eben vorgestellten Strategien kombiniert. Das ist die Turtle Investor Strategie und die Top Momentum Strategie. Und haben jetzt natürlich eine Diversifikation über unterschiedliche Länder. Wir sind also in Deutschland zu 50% und eben in Technologieaktien, in internationalen Technologieaktien, die ja meistens aus den USA kommen. Wir haben natürlich auch eine Währungsdiversifikation da drin. Die beiden Strategien teilen sich jetzt das gesamte Anlagekapital und darum darf man jetzt pro Aktie maximal ein Zehntel investieren. Insgesamt sind es eben 10 Aktien, die maximal gekauft werden dürfen. 5 aus dem HDAX und 5 aus dem SDAX 100. Darum heißt sie auch Fokus 10, also Fokus auf 10 Aktien. Wenn man das jetzt kombiniert beim gleichen Regeln sieht man eben wieder in dem Factsheet, was dabei herauskommt. Wir haben eben eine Rendite von über 19%. Etwas weniger als bei der NASDAX 100 Strategie alleine. Aber im Vergleich dazu ist der maximale Rückgang reduziert. Also wir haben eine annähernd ähnliche Rendite, aber das bei weniger Risiko. Und das pflegt sich dann eben in dem Quotienten aus Chance und Risiko durch, dass man eben hier 0,74 hat. Statt vorher hatten wir glaube ich 0,64 oder sowas in der Größenordnung. Ja, ich habe Ihnen auch noch eine dritte Strategie vorzustellen, weil die letztendliche Strategie sich aus drei Strategien zusammensetzt. Das ist die Strategie, die 16 Wochen Strategie vom Thomas Gebert. Und das Magazin Fokus Money hat sie mal die beste Börsenstrategie der Welt genannt. Ich habe halt auch einige Artikel über die Strategie geschrieben an meinem Traders, auch im Portfolio Journal 04 2020. Und in der 05er Ausgabe gab es ein interessantes Interview mit Thomas Gebert. Und was genau dahinter steckt, möchte ich Ihnen auch noch erklären. Die 16 Wochen Strategie basiert auf einem Rhythmus, der sich alle 16 Wochen wiederholt. Und in diesem Rhythmus hat der Thomas Gebert statistisch festgestellt, dass es eben da drei Wochen gibt, die besonders gut laufen. Das sind die hier unten, die Wochen 13, 14 und 15. Und es gibt drei Wochen, die Wochen 8, 11 und 16, die besonders schlecht laufen. Und hier kann man das auch nochmal in der Grafik sehen. Das Grüne sind die drei zusammenhängenden Wochen, in denen man auf steigende Kurse setzt. Und das Rote sind die einzelnen drei Wochen, in denen man eben auf feilende Kurse setzen könnte. Genau das habe ich in der Strategie auch gemacht. Also beim Einstieg Anfang der 13. Woche, Ausstieg Ende der 15. Woche. Das ist die Long-Variante. Und hier bei der Short-Variante Anfang der 8., 11. und der 16. Woche. Und jeweils eben am Ende der 8., 11. und 16. Woche erfolgt der Ausstieg. Es wird das gesamte Kapital der Strategie eingesetzt. Und bei Long kaufen wir einen DAX-ETF bei Short, eben einen Short-DAX-ETF. Was kommt dabei raus? Man sieht auch hier wieder eine schön gerade Kapitalkurve. Rendite ist nicht ganz so berauschend. Da gut 13% sind auch schon toll in der Zeit. Maximaler Rückgang ist bisher der niedrigste mit 19%. Und der Quotient ist mit 0,65 auch nicht schlecht. Was mich besonders begeistert hat bei der Strategie, war eben, dass sie gerade in Phasen, wenn es einem Aktienmarkt nach unten geht, besonders gute Ergebnisse zeigt. Wenn man sich das mal hier anschaut, hat man eben in diesem Bereich von 2000 bis 2002 oder von 2008 bis Anfang 2009 oder eben halt auch hier oben im aktuellen Corona-Crash hat man also gar keine Abwärtsbewegung drin. Und darum nutze ich die bei meiner nächsten Strategie in einer ganz besonderen Art und Weise. Und zwar habe ich ein Konzept entwickelt, was sich Plan A, Plan B und Plan C nennt. Also Plan A heißt für mich, ich versuche im ersten Schritt in Aktien zu investieren. Wenn ich eben im Aktienmarkt keine Gelegenheit habe, mich irgendwelche Trendfilter aus dem Markt halten, dann gucke ich eben, ob Plan B in Kraft treten kann. Und bei Plan B, wenn es also am Aktienmarkt nach unten geht, würde ich dann eben die 16-Wochen-Strategie einsetzen. Und wenn ich auch die 16-Wochen-Strategie nicht einsetzen kann, dann kommt Plan C, dann würde ich eben in den Geldmarkt, also in Cash, wechseln. Daraus ist eben die Strategie entstanden, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Das sind die trendstarken Aktien mit Focus 6 und Plan B. Focus 6 ist jetzt entstanden, weil ich jetzt in weniger Aktien investiere, nicht mehr in 5-G-Strategie, sondern nur noch in 3. Damit braucht man ein geringeres Anlagekapital. Und natürlich, man ist schneller im Markt, weil es natürlich besser ist, wenn man gleich in 3 Aktien geht, es eben deutlich schneller reinzugehen. Darum kommt auch eine etwas höhere Rendite heraus. Und die zweite Erweiterung ist eben, dass ich die 16-Wochen-Strategie in den Marktphasen einsetze, in denen ich jetzt nicht ausreichend Gelegenheit bei den anderen beiden Strategien finde. Die konkurrieren wieder alle um das gleiche Geld. Und da die 16-Wochen-Strategie nur dann zum Einsatz kommt, wenn Platz ist, also wenn diese beiden Strategien nicht das Geld beanspruchen, darum kann ich eben für diese beiden Strategien das volle Anlagekapital verwenden. Also ich würde jeweils ein Sechste in maximal 3 Aktien aus dem HDAX und in maximal 3 Aktien aus dem Nestec 100 investieren. Wenn eben Plan B in Kraft tritt, würde ich ein Drittel des Anlagekapitals im DAX oder in den ShortDAX ETF investieren. Jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Ich wollte Ihnen nochmal kurz die Ergebnisse zusammenfassen. Sie sehen, bei dieser Strategie, die ich Ihnen ja auch schon am Anfang gezeigt habe, konnten Sie immerhin eine Rendite von über 26% pro Jahr erzielen. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber in der Vergangenheit hat dieser Ansatz schon hervorragend funktioniert und auch im Corona-Crash haben wir eben hier wirklich sehr gute Ergebnisse in diesem Jahr erzielt. Wenn man sich das mal anschaut, Rendite 2020, also vom Anfang des Jahres, würde der MSCI World mit über 2% im Minus liegen und die Strategie hat eben 52% Gewinn gemacht. Was halt besonders hervorzuheben ist, dass es ein gutes Verhältnis von Rendite zu Risiko hat. Also wenn ich die Rendite durch das Risiko, durch den maximalen Rückgang teile, dann sieht man hier einen Koeffizienten von 1,05. Das ist schon ein ganz gutes Investment. Also wer Interesse an so einer Strategie hat, der kann die Strategie natürlich auch im Robovisor nutzen. Der Robovisor berechnet nicht nur die Backtest-Ergebnisse, sondern er kann Ihnen auch sagen, wann Sie ein- und aussteigen sollen. Also Sie würden eben eine Strategie dort aktivieren, würden eingeben, wie viel Geld Sie nach dieser Strategie handeln möchten und daraufhin berechnet der Robovisor Ihnen, welche Aktien Sie kaufen sollen. Und wenn Sie das gemacht haben, haben Sie den Anfangsbestand und jetzt passt der Anlageroboter auf Ihre Aktien auf. Er analysiert also jeden Tag die Märkte und sobald eben die Strategie eine Handlung erforderlich macht, schickt er Ihnen eine E-Mail und Sie würden dann dieses Kaufsignal bei Ihrer eigenen, bei der Bank eben umsetzen. Der Robovisor macht es nicht sehr automatisch, sondern Sie sind immer noch die letzte entscheidende Instanz. Und es ist halt so, er nimmt Ihnen sehr viel Routinearbeiten ab. Sie brauchen also nicht jeden Tag diese hunderte Aktien durchzuschauen, sondern können einfach warten auf das Handelssignal und dann entsprechend handeln. Sie brauchen auch nicht berechnen, wie groß die Position sein soll. Auch das macht der Robovisor für Sie. Und für alle Teilnehmer vom Finanzkongress habe ich noch eine ganz besondere Sache. Es gibt einen Aktionscode, FK2020. Wenn man diesen Code eingibt bei der Aktivierung der Strategie, dann bekommt man 25% auf alle kostenpflichtigen Anlagestrategien. und der Code muss eben bis zum 31.12.2020 eingelöst werden. Ja, ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie in Zukunft auch systematisch an der Börse gewinnen. Ja, vielen Dank. Ja, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für uns natürlich, aber in erster Linie für unsere Zuschauer. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. aber ja schonmal haltet werden. Und ich wurde wieder auf bereits geniehe, Ja, immer Jr.